Name? Tele, Willem. Beruf? Ja, ich schneide Metalle. Also noch keine Erwerbslosenunterstützung. Nee, das Vergnügen erlebe ich zum ersten Mal. Wer ist denn der Vater? In die Nacht? Auf der Bank? Willa? Willa, ist das wahr? Eine Sicherheit ist also nicht mehr gegeben. Deshalb besteht Ihr Geldgeber auf sofortige Rückzahlung des Darlehens in Höhe von 2000 Mark. Ein Zahlungsbefehl ohne Mahnung, das gibt's doch ja nicht. Fahrradfahrer und Kommunisten, Mann. Die sind an allen schuld, Mann.